Neun Musik-Exs starten am 16. Februar in der Show Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024, um das begehrte Ticket für das ESC-Finale im schwedischen Malmö zu erhalten. Als Unterstützung für die Ex des deutschen Vorentscheids nehmen die mehrfache ESC-Timerin Mary Ross, Entertainer Ricardo Simonetti, Schlagerstar Florian Silbereisen, Sängerin Ali Neumann sowie ich will zum ESC-Coaches Conchita Roost und Ray Garvey auf der Gästecoachplatz. Die Show wird von unserer lieben Barbara Schönberger moderiert. Deine Schatz drückt alle Teilnehmer ganz fest die Daumen.